Das ist Nico. Nico ist traurig, denn in der Schule läuft es nicht gut. Mittlerweile ist der Stoff so schwer geworden, dass auch Nicos Mutter nicht mehr weiterhelfen kann. Doch sie will ihren Sohn unterstützen und sucht Hilfe im Internet. Hier findet sie Abakus. Nach einem Telefonat mit dem Institut kommt der Institutsleiter zu einem kostenlosen Beratungsgespräch direkt zur Familie nach Hause. In einem ausführlichen Beratungsgespräch macht sich dieser ein genaues Bild von der Situation. Danach wählt er den passenden Nachhilfelehrer für Nico aus. Nun kommt der Nachhilfelehrer zum vereinbarten Termin zu Nico nach Hause. Nicos Mutter muss also nichts organisieren, um ihren Sohn zum Nachhilfeunterricht zu bringen, sondern kann entspannt darauf vertrauen, dass ihr Sohn die passende Unterstützung erhält. Nun kann die Einzelnachhilfe starten. Die nächste Prüfung rückt immer näher. Doch Nico ist mittlerweile bestärkt in seine Fähigkeiten und sein Wissen, um das Klassenziel zu erreichen. Die Versetzung in die nächste Klasse ist somit geschafft. Jetzt kann Nico die Sommerferien unbeschwert genießen.